Armut hat viele Facetten. Zwar kann man Armut nicht mit Computerspielen aus der Welt schaffen, aber du kannst dich trotzdem einsetzen. Ein erster Schritt ist, Bescheid zu wissen, wie andere Menschen leben, was Armsein wirklich heißt und was die Gründe für die weltweiten Ungerechtigkeiten sind. Armut ist in den seltensten Fällen selbst verschuldet. Armut ist auch kein Schicksal. Armut wird gemacht und sie lässt sich auch bekämpfen. Wir geben dir einen Einblick nie.